Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ludwigsburger Stadtgespräche aus dem Skala. Und bei uns heute zu Gast Dietmar Allgeier, der erste Bürgermeister der Stadt Kornwestheim. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ja, das Jahr steht kurz vor Beendigung, also Silvester steht vor der Tür und wir blicken natürlich mal so ein bisschen zurück auf 2016. Und da hat sich auch in Kornwestheim natürlich einiges getan. Da werden wir heute so ein bisschen drüber reden. Wie fanden Sie das Jahr 2016 persönlich? Persönlich positiv, beruflich anstrengend. Denn Kornwestheim hat in vielerlei Hinsicht ein relativ anstrengendes Jahr tatsächlich hinter sich gebracht. Wir hatten in diesem Jahr, das Thema Nummer eins war wirklich die Haushaltskonsolidierung bei der Stadt Kornwestheim. Und gerade für mich auch als Finanzbürgermeister war das natürlich schon das beherrschende Thema im Jahr 2016. Das hast du jetzt gerade schon angesprochen. Es geht ums große Sparen. Das wird Kornwestheim noch einige Zeit jetzt begleiten. Es waren mal zehn, mittlerweile sollen pro Jahr jetzt acht Millionen Euro eingespart werden. Das ist ja dann schon ein starkes Ziel, was man sich vorgenommen hat. Ist es schwierig, so etwas auch zu vermitteln, auch in die Bevölkerung hinein? Schwierig einerseits ja. Andererseits haben wir von Anfang an versucht, tatsächlich auch sehr breit mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich denke schon, dass der Hintergrund zumindest dieses Prozesses in der Bevölkerung, in der Stadt Kornwestheim auch zumindest auf Akzeptanz gestoßen ist. Wenn gleich sicherlich nicht jeder unserer Mitbürger mit jeder Sparmaßnahme einverstanden sein wird oder sein kann, naturgemäß. Aber wir haben den Prozess als solches, glaube ich, ganz gut vermitteln können. Und der Hintergrund ist einfach, wir haben ein strukturelles Defizit in unserem Haushalt. Die Stadt Kornwestheim hat auf das neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt im Jahr 2013. Wir müssen die Abschreibungen erwirtschaften. Das war früher nicht so. Und dann hatten wir in Kornwestheim ja auch das Problem, dass wir eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von über 15 Millionen Euro an die EnBW aus dem Jahr 2007 bezahlen mussten. Das hat einfach auch dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, wir müssen, um den Haushalt generationengerecht auch für die Zukunft aufzustellen, müssen wir pro Jahr 8 Millionen Euro Entlastung für unseren Haushalt finden. Wir stehen jetzt im Moment bei 5 Millionen. Und es gab ja so einen kleinen Aufschrei, nachdem ja vieles auch über die Presse kommuniziert wurde. Und dann hatten viele Angst, oh Gott, was kommt jetzt? Aber Sie sind ja so an die Sache rangegangen, dass Sie gesagt haben, wir überprüfen erst mal alles. Gucken erst mal, wo ist überall, wo besteht die Möglichkeit, da was zu tun. Genau. Der Prozess ging wirklich über alle Bereiche in unserer Stadt. Natürlich auch die Einnahmenseite, genauso wie die Ausgabenseite. Der Freiwilligkeitsbereich, genauso wie der Pflichtbereich. Natürlich. Und ich denke aber, dadurch kann man auch eine gewisse Akzeptanz wieder erhalten. Wenn man nicht das Gefühl hat nachher, dass wirklich bestimmte Bereiche ganz besonders betroffen sind, sondern wenn man auch vermitteln kann, wir wollen unsere Infrastruktur erhalten in Converse Time nach wie vor, so wie sie auch heute ist. Aber wir müssen einfach Anpassungen vornehmen. Und das ist der Prozess im Moment gerade. Und er soll noch bis Ende März 2017 andauern. Und danach hoffen wir, dass wir dann zumindest in etwa bei den 8 Millionen Euro Einsparungen angekommen sind. Nun sagen viele ja, was macht man sich so im Kopf. Man hat ja W&W, also Wüstenrott-Württembergische Sitzen. Da kommt ja jetzt dann in Zukunft einiges. Muss man sich ja eigentlich über nichts Gedanken machen. Könnte man so sehen, das stimmt. Wobei die Gewerbesteuer ist natürlich unternehmerabhängig. Und die Stadt Converse Time freut sich wahnsinnig. Natürlich ist es für uns eine tolle Entwicklung, dass W&W auf der Converse Time Gemarkung jetzt Erweiterungen vornimmt. Es ist vorgesehen, bis zu 4000 zusätzliche Arbeitsplätze in Converse Time tatsächlich zu etablieren. Und unser Gewerbesteueraufkommen in der Stadt, wir haben sehr viele gute Mittelständler, ist wirklich auch positiv. Aber die Gewerbesteuer ist eben keine verlässliche Steuer. Sie ist konjunkturabhängig. Sie ist unternehmensabhängig. Sie ist letztlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle von steuerrechtlichen Gestaltungsmodellen abhängig. Und insofern rechnen wir schon natürlich mit einem Durchschnittswert bei der Stadt Converse Time, den man ja auch hat bei der Gewerbesteuer. Aber wir dürfen uns da nicht ausschließlich drauf verlassen. So sehr wir uns freuen, dass W&W kommt. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Lebensqualität in Converse Time. Ich meine, Converse Time hat sich ja immer nicht so ein bisschen schwieriger, weil sie so dazwischen, man steht halt zwischen Stuttgart und Ludwigsburg. Was aber auch, dass ein großer Vorteil eigentlich sein kann, was das auch betrifft. Wie viele Einwohner hat Converse Time aktuell? Aktuell sind wir knapp über 33.000 Einwohner, einschließlich unserem Ortsteil in Pettenville, den wir gemeinsam mit der Stadt Remseck führen. Und auch bei uns sind natürlich neue Wohnbauflächen oder auch Gewerbeflächen zwischenzeitlich rar. Das heißt, wir sind im Moment auch dran, den Flächennutzungsplan neu fortzuschreiben, weil wir auch neue Baugebiete ausweisen möchten. Die Stadt Converse Time möchte wachsen, moderat, in einem vertretbaren Umfang. Aber Sie haben völlig recht, Herr Fleischhauer, natürlich zwischen Stuttgart und Ludwigsburg sich zu behaupten, ist nicht so ganz einfach, aber wir versuchen die Nischen zu besetzen. Und es ist ja vom Wohnungsmarkt, okay, wenn jetzt natürlich Wüstenhof und Württembergische ist, natürlich auch so ein bisschen schwierig. Also man könne sich vielleicht ganz gut ansiedeln, auch preislich, aber auch mit der Wirtschaftslage auch ein bisschen schwierig alles, nicht? Ja, das stimmt. Wobei man sehen muss, die Grundstückspreise beispielsweise in Converse Time, die passen sich der Region Stuttgart insgesamt an. Also ich denke, man ist in der Region zwischenzeitlich auf einem relativ vergleichbaren Niveau angekommen. Trotzdem wird der Wettbewerb unter den Kommunen härter. Jede Kommune möchte natürlich möglichst gute Gewerbeansiedlungen, möchte mehr Einwohner. Und der Wettbewerb unter den Kommunen hat schon vor einigen Jahren begonnen. Das war vor 20, 30 Jahren in der Form noch nicht so. Herr Gahr, vielen Dank für den Moment. Wir reden gleich weiter, machen eine kurze Pause. Dann sind wir gleich wieder zurück hier beim Ludwigsburger Stadtgespräch. Bis gleich. Wir kommen zurück hier beim Ludwigsburger Stadtgespräch und bei uns noch immer Dietmar Allgeier, der erste Bürgermeister der Stadt Converse Time. Und wir haben viel über Converse Time gesprochen. Es gibt aber auch ein großes Projekt, was Converse Time zumindest 2013 Jahre sehr bewegt hat. Da war die Eröffnung des K, des neuen Kongresszentrums. Und ich habe mich so gefragt, auch in der Vorbereitung, gerade wenn solche großen Projekte irgendwo anstehen, auch in der Stadt, gibt es meistens Gegenstimmen. Also auch Leute, die sagen, wollen wir nicht. Gab es eher weniger, ne? Gab es in Converse Time tatsächlich eher weniger. Die Akzeptanz für den Neubau unseres Kultur- und Kongresszentrums war in der Stadt absolut vorhanden. Sicherlich hat man teilweise über den finanziellen Rahmen diskutiert, auch in der Öffentlichkeit, auch im politischen Gremium, im Gemeinderat. Aber die Akzeptanz, das Projekt zu realisieren, es ist ja nicht nur das Kultur- und Kongresszentrum. Wir haben da auch eine neue Stadtbibliothek integriert. Die war in der Bevölkerung von Anfang an vorhanden. Und das war auch das große Ziel der Stadt an der Stelle, dieses Kultur- und Kongresszentrum so zu etablieren, wie ich glaube, wie wir auch auf einem guten Weg sind und es irgendwann auch schaffen werden in unserem Sinne. Wie viele Veranstaltungen finden da pro Jahr statt mittlerweile? Wir haben im Durchschnitt jetzt 600 Belegungstage gehabt. Das ist sehr positiv, wenn man das auf ein Jahr bezieht. Also pro Jahr 600 Belegungstage, wobei allerdings der kommerzielle Bereich, der Theaterbereich sich natürlich da durchaus auch unterscheiden. Wir bieten Räumlichkeiten an, wirklich rein für den Kongressbereich, auch für Tagungen, mehrtägige Veranstaltungen. Und wir haben unser eigenes Kulturprogramm im K. Das, denke ich, sich sehen lassen kann. Wir versuchen da wirklich sehr vielseitig auch Angebote zu unterbreiten. Das reicht von Comedy bis zum klassischen Theater. Das reicht von Ballett oder Tanz bis hin zu Konzerten. Also wir versuchen da einfach auch, möglichst die Breite der Bevölkerung einzusprechen. Und ich habe auch gelesen, der Gemeinderat nutzt ja das Kongresszentrum auch mit. Kann aber auch nicht immer, weil sie dann irgendwann ausweichen müssen, weil belegt ist. Genau, wir hatten den großen Wunsch, die Sondersitzung des Gemeinderats, die vor einigen Wochen stattgefunden hat, zu unserem Haushaltsthema im K. durchzuführen. Und dann kam die Rückmeldung leider belegt. Dann ist es ja, also viele andere Städte und Gemeinden kämpfen ja gerade mit ihren Kulturzentren immer sehr, sehr arg, weil die oft defizitär sind und nicht so funktionieren, wie sie vielleicht laufen sollten. Das ist in Kornwestheim glücklicherweise irgendwie ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Aber ich denke, das liegt auch daran, dass die Kornwestheimer selbst es durchaus schätzen, dass wir vor Ort ein Angebot machen in dieser Sparte, in diesem Segment. Wir haben aber zwischenzeitlich erfreulicherweise wirklich auch Besucher von der Region, von Stuttgart, insbesondere von den Stadtteilen in der Landeshauptstadt, die direkt an Kornwestheim angrenzen, auch aus der Stadt Ludwigsburg. Und ich denke, man schätzt den familiären Charakter, den unser Kultur- und Kongresszentrum mit sich bringt. Ihr steht 2017 vor der Tür. Was steht an, an großen Projekten, abgesehen vom Sparen? Das Sparen, wir haben darüber gesprochen, das wird noch bis Ende März auf jeden Fall so weitergehen. Wir werden nächstes Jahr das erste Mal einen Doppelhaushalt angehen, 18, 19. Das war ein Wunsch aus der Mitte des Gemeinderats. Wir haben das in der Vergangenheit noch nicht getan. Aber darüber hinaus sind für uns vor allem die Themen Kinderbetreuung, Ganztagesschule von Bedeutung, denn wir müssen nach wie vor auch noch im Bereich unserer Schulen bauliche Aktivitäten vornehmen. Wir haben eine Gemeinschaftsschule, da ist der Neubau oder die Erweiterung einer Mensa geplant, weil einfach die Schülerzahlen das auch erfordern. Und gerade im Bildungsbereich, denke ich, insgesamt, da ist eine stetige Entwicklung derzeit vorhanden, die wir auch versuchen eben mit zu begleiten, selbstverständlich. Das zweite Thema ist sicherlich, wo wir auch noch nicht so richtig wissen, wohin es geht, das ist die Unterbringung von Flüchtlingen, insbesondere in der Anschlussunterbringung, wo wir als Kommune selbst auch dann zuständig sind. Wie ist da gerade so die Tendenz? Wird es weniger? Es wird weniger, es hat sich beruhigt. Gerade auch hier im Landkreis Ludwigsburg hat es sich tatsächlich beruhigt. Aber was jetzt anfängt, ist der Familiennachzug. Und dafür brauchen wir Plätze. Die Stadt Kornestheim selbst ist im Moment jetzt gerade daran, mit der städtischen Tochter, mit unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft auch ein Mehrfamilienhaus neu zu errichten, das ausschließlich dann der Anschlussunterbringung also Flüchtlingen dienen soll. Vielen Dank, dass Sie hier waren bei uns beim Stadtgespräch in Ludwigsburg. Es gibt viel zu erzählen. Wir werden sicherlich nochmal anknüpfen im Laufe des Jahres. Alles Gute für 2017, dass alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Auch natürlich mit dem Haushalt, dass das alles klappt. Vielen Dank. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Machen Sie es gut. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Korn-Westheim. Jetzt Gründe werden und Heimvorteil sichern.